Es ist toll, dass so viele heute Abend hier Gesicht zeigen und dass so viele heute Abend hier stehen und zeigen, Potsdam bleibt bunt. Und es ist wichtig, dass wir auch in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, das Land Brandenburg wird es nicht dulden. Die Brandenburgerinnen und Brandenburger werden es nicht dulden, dass auf unseren Marktplätzen Ausländerfeinde, Intolerante und Rassisten umhermarschieren und unser Land in den Dreck ziehen. Das, liebe Freunde, werden wir nicht zulassen. Das Land Brandenburg braucht alles, aber keinen Rechtsextremismus. Und wir zeigen hier heute Gesicht und ich bin auch sehr froh, dass viele Landtagsabgeordnete mit hier sind, dass sie jetzt direkt aus der Sitzung kommen und hier heute mit.